und dann haben wir noch irgendwas irgendetwas brauchen wir noch für den letzten Part hier ja mrau erst mal musik anmache nein reicht es wäre natürlich cool aber ich glaube nicht dass das genügt ja da komme ich jetzt nicht mehr an wait a minute wow können wir nicht was das da do und 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 ah stupidness okay jetzt kann ich das ja darüber rollen obviously und dann komme ich da auch easiest ran oh there you go batterie nehmen zack bam na toll alalalalarm ähm wir haben sie schnell lass uns hier verschwinden bevor die wäscher auftauchen wir müssen clementine diese batterie zurückbringen ja kennst du da geht es zurück hier geht es nirgends hin okay cool dann nirgends hin okay cool dann nirgends wie weg hier joink so tief ja 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 wo sind wir denn jetzt hier gar beim aufzug okay cool das merken die nie ja der albert wollte denn ich auch noch was wow was zum suchst du jemanden mit dem du über poesie plaudern kannst ich wohne gleich hinter dem aufzug bonobot der bonobot aber hey das haben wir nochmal well done what the shit glaubst du der ganove hat ein Auge auf meine vintage kartensammlung geworfen all die arbeit für nichts hey denkt ihr ihr könnt uns davon abhalten in unsere bude abzuhängen ihr könnt uns den parkplatz klauen aber nicht unsere moves und du so nichts hat einen sinn wenn wir nicht tanzen können die armen kommen wir da einfach so dran vorbei vielleicht das merkt er nie okay okay gehts da rein nein oh no move move fuck okay nice los weg da du siehst mich nicht sag ich doch so jetzt müssen wir irgendwie 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 an alles vorbei ach Mist der andere hat das gar nicht gemerkt schade ich dachte jetzt können wir hier easy peasy lemon squeezy da durch aber nein nein das sieht nicht so aus well 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 komm geh weg jetzt hier ist nichts komm ich denn da dran vorbei hm ich was sehen würde okay das war zumindest mal ein versuch wert da komm ich nicht dran vorbei ah da halt einfach mal auch nicht wow ha das war knapp ah ja okay cool that did work out ich muss nur gucken dass ich nicht die maunstaste benutze das wird mir jetzt schwer fallen nicht zu maunzen aber na gut auf was guckt der denn der bewegt sich auch nicht komm ich an dem vorbei die frage der fragen ha could be ja 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 joink redschirm jawohl nice go yeah did it didi didu moment wait a minute wo war der raum das das ist die küche äh da ja da da ist der raum wo ist sie clem hm keine spur von clementine oh was ist das denn sieht aus wie eine verschlüsselte nachricht wir werden detektiv spielen müssen spülen detektiv spielen müssen um herauszufinden was mit ihr passiert ist schau mal für b12 und die katze die antwort liegt in meinen sachen und dann sind da noch vier symbole das ist mit clementine unterschrieben schau mal neuer gegenstande errungen pflanze keine ahnung was das alles sein soll okay schauen wir mal der mitarbeiterschlüssel ja scheiße stimmt den hätten wir eigentlich auch nochmal zurückgeben können so ne pflanze ne komische pflanze i don't know die antwort ist in meinen sachen so wo ist die entsprechende pflanze off inspizieren meine sensoren können nur harmlose chemikalien in gasfarmigem zustand erkennen sie können das beruhigende gefühl an das ich mich erinnere nicht wiedergeben genau wie ich können gefährden gar nicht riechen also frage ich mich warum sie das tun unter dem behälter ist auch eine nachricht versteckt sie lautet ich bin bei Punkt 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 okay komm ich da jetzt drauf ja okay okay oh wow dezent versteckter Crap hier oben ah ja dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein vielleicht dient er uns als Signal damit wir etwas Hilfreiches finden bingo da ist eine Nachricht sie lautet Blazer ich bin bei Blazer 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 Die Menschen? Ist irgendwie komisch. Schau. Hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht... Komm in den. Ich bin bei Blazer. Komm in den. Hast du etwas gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Ja, schon. Nee, das sind nur normale Möbel. Sicher. Hier gibt es nichts. Ist er durch? Nein. Aber vielleicht von hier. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Hallo. Ich bin bei Blazer. Komm in den. Hast du etwas gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Okay. Sicher. Okay. Sorry. Ah, da ist die Lava-Lampe. Look at it. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Ich bin bei Blazer. Komm in den Nachtclub. Das ist gut. Gut gemacht, Leutnant Katz. Jetzt lasst uns sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Der Nachtclub. Ja gut, jetzt muss ich erstmal wieder hier raus ohne Brops. Go, go. Das Magnini. Oh, scheiße. Das hat so lange gedauert. Ah. Yeah. Just hold rauf. Die Katze just hold rauf. Go, go. Kacke. Okay, gotta go. Bye. Don't shoot at me. Alter. You kidding me, right? Bye. So, wo ist der Nachtclub? Ja gut, ist natürlich die Frage, was die als Nachtclub verstehen. Oh, hier war doch eben noch zu. Haha. Ja gut, okay. Die Wächter, sie hatten die Aufgabe, die Menschen zu beschützen. Sie sollten Verbrechen bekämpfen und für Ordnung sorgen. Aber als das Leben in der Stadt immer herde wurde und sich Gruppen bilden, wurden die Wächter schnell zu Handlangern der Mächtigen. Sie waren das perfekte Werkzeug, um die Stadt unter Kontrolle zu halten. Gehorsam, nichts hinterfragend und unermüdlich. Selbst nach dem Aussterben der Menschen übten sie weiterhin ihre Kontrolle aus. Immer im Dienst, unablässig. Okay, das war mit Sicherheit wichtig. Ja. Miau. Gut. Also, hier geht's immer noch nicht weiter. Ich könnte ja nochmal versuchen, in die Fabrik zu kommen, by the way. Na. Hier hab ich nämlich auch noch nicht alles mehr angeguckt. Gut, hier schon. Es war eins weiter, wo ich mir noch nicht alles angeguckt habe. Lol, der beschwert bestimmt das, was geklaut wurde. Bitte beschreiben Sie mir das Profil des Diebs. Lol. Okay, das war hier. Dann gucken wir mal da. Miko, Genma, Simon. Türsteher. Das ist nichts für dich. Weg mit dir. Okay. Ich hasse diesen Club erst voller Angeber, aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Achtung, Groove Level bei 2%. Bitte sofort einen Tanzplatz suchen. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen hinten rumklettern. Wieder hinten rumklettern. Das ist doch schon mal eine Ansage. Untertitelung des ZDF, 2020